Mein Name ist Melanie Schmidt vom Mailboxes etc. Wir sitzen in Pinneberg. Wir sind Versand, Verpackung, Grafik und Druckdienstleister. Wir versenden weltweit Express-Pakete, verpacken die, machen Zollabfertigung und im grafischen Bereich bin ich tätig von der Visitenkarte bis zum Poster, gestalte das, erstelle die Grafiken, drucke die und bringe sie zum Kunden. Mit mir sollte man arbeiten, wenn man als Unternehmer Interesse hat, Lösungen zu finden. Das heißt, ich gucke so lange, bis ich was gefunden habe, womit sie zufriedener sind, ihre Mitarbeiter zufriedener sind und sie bei ihren Kunden besser ankommen.